alter aber es ist nicht angeschwollen krass mich hat von fett die biene hier voll in die backe gestochen ich glaube hier sieht man es ein bisschen und ich habe direkt eine zwiebel also sofort eine zwiebel darauf gemacht und den stachel halt raus und leute es ist nicht angeschwollen alter normal wenn mich eine bienenstich kriege ich so ein fettgesicht das ist komplett übertrieben ist aber also das ist wirklich der geheimtipp gegen bienenstiche